Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Also dieser Lazarewitsch fackelt nicht lang, Sally. Das müsstest du echt sehen. Er hat Aufzeichnungen zu jeder Expedition nach Shambhala. Bis ins 17. Jahrhundert. Und Marco Polos Tagebücher? Die sind hier. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja, ja, ja. Ein würdiger Pilger bekommt den goldenen Schlüssel, um damit den Weg nach Shambhala zu meistern. Und was soll das heißen? Keine Ahnung. Wart mal. Hier ist was. Mit schwerem Herzen überließ ich meine Mitstreiter ihrem Schicksal, das uns die grausame Fracht auferlegte. Die Fracht aus Shambhala. Sie hielten den Tsunami wohl für eine gerechte Strafe Gottes. Wart mal kurz. Mist. Sally, der Chintamani-Stein ist nicht hier. Was? Hör dir das an. Eher hätte ich Kublai Khans Zorn ertragen, als den Chintamani-Stein aus dem Heiligen Schrein zu entfernen. Marco Polo hatte den Stein gar nicht. Und was war dann die grausame Fracht? Ich weiß nicht. Wenn der Stein nicht hier ist, wonach so ein Lazarie will stammen. Shambhala. Hier in Borneo. Da ist er aber weit ran vom Schuss, oder? Er versucht bestimmt, Marco Polos Route zurückzuverfolgen. Und zwar nach Shambhala. Warum? Weil der Stein noch da ist. Chloe, kannst du reden? Moment. Ja, ich bin da. Haben sie bei all den Ausgrabungen Leichen oder irgendwelche Überreste gefunden? Also, wenn du mich so fragst, nein, warum? Über 600 Leute erlitten Schiffbruch und nicht eine Leiche? Da stimmt doch was nicht. Wo sind sie alle hin? Wohin flieht man bei einem Tsunami? Auf einen Berg. Bingo. Vielleicht finden wir Marco Polos Leute auf diesem Berg. Chloe, kannst du zu uns kommen? Bin schon auf dem Weg. Gut. Oh oh, Nate, du musst da raus. Noch eine Minute, Sally. Du hast aber keiner. Scheiße. Sie sind tot. Oh Mist. Lucht alles ab. Bleib unten, ich geb ihr Deckung. Seht doch nur. Was haben wir denn hier? Vorsicht. Allmächtiger. War nur Spaß. Nate, deinetwegen krieg ich noch einen Herzinfarkt. Was ist das denn für ein Ding? Ist das so eine Art Waffe? Nein, nein, das ist ein Purba. Ein Ritualobjekt aus Tibet. Damit meistert man Hindernisse. Hä? Du weißt schon, spirituelle. Aha. Moment mal. Moment mal. Ist es das, was Marco Polo erwähnt hat? Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. In seinem Tagebuch schreibt er, dass der würdige Pilger einen goldenen Schlüssel erhält, um alle Hindernisse zu meistern auf dem Weg nach Shambala. Na und, ist er das? Gut, das ist ja sehr interessant, aber wofür ist das ein Schlüssel? Vielleicht kann uns diese Karte ja helfen. Zeig doch mal her. Zwischen Großindien und der Provinz Tibet liegt ein Feld prunkvoll erbauter Tempel. Hunderte vergoldeter Türme, soweit das Auge reicht. Moment, das kenn ich. Das ist in Nepal. Ja. Allerdings ist es kein Tempelfeld mehr. Es ist eine ganze Stadt. Tja, das macht es etwas schwieriger. Moment, da ist noch mehr. Unter all diesen Tempeln birgt nur der eine. Den geheimen Weg nach Shambala. Und dieser Weg öffnet sich nur dem Pilger, der den... ...goldenen Schlüssel mit sich führt. Okay, gute Arbeit, Kleiner. Also, worauf warten wir? Verschwinden wir hier. Okay, bis dann. Oh, verdammt noch mal. Komm. Harry! Hier drin! Das ist Drake! Was zur Hölle? Los, Hände hoch! Hast ja echt Glück bei den... Sei still, Sully. War ja klar, dass du kommst. Und du? Victor, verdammt, Sullivan! Ziehst du immer noch den alten Knacker mit durch? Ruhig, Nate. Ziemlich frech für'n Kerl, der die letzten drei Monate im Knast gesessen hat. Besser als drei Wochen ahnungslos durch den Dschungel zu irren. Ich hab die Schiffe gefunden. Du brauchst sogar fremde Hilfe, um deinen Hintern zu führen. Und ne Karte. Sie kamen von da unten. Wow. Harry, schau doch mal. Apropos Karte. Zwischen Indien und Tibet birgt ein Tempel den geheimen... Geheimen Weg nach Shambhala. Mann, Flynn, das dauert ja ewig. Ach, komm. Sei kein Spielverderber. Bring sie zu Lazarevic. Du wirst wohl besser im Knast geblieben. Los! Na los, Bewegung! Ah, Mist! Alles okay? Ja, so sieht's eben glaubwürdiger aus. Ich verschaff dir jetzt noch ein bisschen Zeit. Ne, Chloe, du musst mit uns kommen. Nein. Wir sehen uns in Nepal. Los, lauft! Auf geht's! Ich mag sie. Typen wie ich sollten einfach wissen, wann Schluss ist. Sully, wir kommen hier schon aus, okay? Wie immer. Du griffst deine Süße in Nepal. Ich leg mich an den Strand. Jetzt komm! Hey, erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Da sind sie! Oh, Mist! Wollen wir? Nach dir, Butch. Wir sehen uns in der Hölle! Juhu! Oh, Scheiße! Mist! Du hattest recht, Lazariewicz ist uns einen Schritt voraus. Die Guerillas haben ihm geholfen. Die Stadt steht schon seit Jahren kurz vor den Höhren. Er musste nur ein bisschen Höhenfeuer schließen. Linette? Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Tempel zu finden. Nick? Hallo? Ja, bin noch da. Hast du es dir etwa anders überlegt? Wäre ich? Niemals. Gut, wenn ich will es diesem Schwein zeigen. Hast du eine Karte? Äh, ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist uns etwas ruhiger. Okay, alles klar. Ich habe hier Besuch. Wundervoll. Kannst du sie abhängen? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Dave? Alles in Ordnung? Ging schon besser. Mist! Warum muss ich dir eigentlich ständig deinen Arsch retten? Na ja, weil er es einfach wert ist. Oh, hast du da etwa einen antiken tibetischen Ritualdolch in der Tasche? Hm, vielleicht freue ich mich ja nur, dich zu sehen. Hm. Ja, hallo? Und das ist also der Schlüssel? Ja, genau. Marco Polos Ticket nach Shambhala. Was machen wir damit? Ah, ich habe keinen blassen Schimmer, leider. Aber ohne das Ding kommt Lazariewicz nicht weit. An deiner Stelle würde ich ihn lieber nicht unterschätzen. Er und Flynn haben diese Stadt überrollt und bestimmt schon Dutzende Tempel platt gemacht. Also, was machen wir jetzt? Nate! Ich hasse es, wenn du das machst. Sieh doch mal. Das Symbol hier. Ja? Sieh darauf. Okay, sieht ziemlich ähnlich aus. Und was bedeutet das? Dass wir wissen, woher Marco Polo den nächsten Hinweis hatte. Der Tempel, den wir suchen, müsste genau dieses Zeichen tragen. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Ist dir eigentlich klar, dass es hier in dieser Stadt Hunderte von diesen Tempeln gibt? Ja, aber wenn wir das Gebiet von oben betrachten... Könnten wir die Nadel im Heuhaufen finden? Genau. Ganz in der Nähe ist ein Hotel. Chloe, alles zu seiner Zeit. Es ist einfach nur das mit Abstand höchste Gebäude der Stadt. Ja, gut. Ja, okay. Ist, ähm, eine gute Idee. Na dann komm. Jep. Das gefällt mir gar nicht. Ach nein? Ach, nein. Wir sollten uns vielleicht einen anderen Weg zum Hotel suchen. Und um diese Typen einen Bogen machen. Hey, weißt du überhaupt, wie man mit sowas umgeht? Na sicher doch. Ich schleich mich um sie herum und spreng ihre Party. Hast du da nicht jemanden vergessen? Tja, da kommst du ins Spiel. Um den musst du dich kümmern. Aber mach es leise. Ach so, leise. Und du bist sicher, das klappt? Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Was heißt denn das schon wieder? Es war aber gar nicht nett. Es hat einen Generator erwischt. Hilfe mal. Noch ein bisschen. Nein, los. Das bringt nichts. Ich brauch Strom, um dich da rauszuholen. Hältst du noch durch? Klar. Ich werd mir so lange die Füße vertreten. Der Schutzschalter muss irgendwo oben sein. Keine Sorge, ich mach das schon. So, da sind wir. Ja, jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel. Klar, hier gibt's ja auch nur zwei oder drei. Die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht können wir... Oh, bingo. Da ist er. Das ist er? Ja, muss er sein. Da, wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind? Ach, war ja klar. Nate, da hält sich Lazarewitsch auf. Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen. Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Ich wurde in Sektor 18 gesichtet. Ah, Mist. Wir sind nicht zufällig in Sektor 19? Statt durchkämmen, finden und aushalten. Oh, dieser verdammte Mistkerl. Okay, verschwinden wir hier. Oh, hey, hey, nicht schießen! Hey! Nate? Was zum Teufel machst du denn hier? Elena! Jake, Nate! Was? Du kennst den Kerl? Ja. Das ist Drake. Oh. Sorry. Und? Was hast du mit diesem Chaos zu tun? Willst du die Tempel plündern, das Museum ausräumen? Freut mich auch, dich zu sehen. Und ihr wollt hier sicher nur die Welt retten, stimmt's? Wir sind einem flüchtigen Kriegsverbrecher auf der Spur. Zoran Lazarewitsch schon von ihm gehört? Macht das nicht die NATO? Die glauben, er ist tot. Durch einen Bombenangriff. Und ihr wollt jetzt das Gegenteil beweisen. Weißt du was? Der Kerl ist ein Monster, Nate. Ich meine, Folter, Verstümmlungen, Massenhinrichtungen und so weiter. Aber jetzt, jetzt plant er etwas Neues. Aber warum hier? Warum die ganze Stadt verwüsten? Das ergibt alles keinen Sinn. Oh. Nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast etwas damit zu tun. Das ist lächerlich. Hier bist du, Nate. Ich hab sie abgehängt. Oh, oh, wow. Ist schon gut, Chloe. Das sind Journalisten. Wir müssen weiter, wenn wir nicht wollen, dass Lazarewitsch uns einholt. Also... Oh, man, Nate. Hey, 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 Moment. Keine voreiligen Schlüsse, Elena. Ähm, sorry, kennt ihr zwei euch etwa schon länger? Auch Elena Fischer. Vorjahresmodell. Haha, witzig. Ne. Nein, nein. Schön, dass du dich amüsierst. Na ja, ich hätte dir nur nicht zugetraut, dass du aus solcher Mauerblümchen wie die da abfährst. Sie ist viel taffer, als sie aussieht, ehrlich. Hm. Oh. Oh, was? Du liebst sie noch. Oh, bitte. Tust du doch. Gib's euch zu. Ach, verstehe. Eifersüchtig. Und wie, Casanova. Wir müssen jetzt weiter. Warte. Die zwei kommen mit. Das ist nicht dein Ernst? Absolut. Gut, ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen. Die halten uns nur auf. Und wenn sie uns erwischen... Na, Chloe. Nate, wenn Lazariewicz dich und mich zusammen... Ich werde sie nicht zurücklassen. Musst du denn immer den Helden spielen, verdammt! Nate! Du solltest lieber Prioritäten setzen. Ja, verstehe schon. Trotzdem kommen sie mit uns. Wir kommen schon klar, Nate. Danke. Denk lieber nochmal drüber nach. Mist. Lauf! Na, was sagst du jetzt? Du hast uns direkt hergeführt. Ich vermute mal, wir sind hier nicht rein zufällig gelandet. Ach nein, nicht direkt. Na, vielen Dank. Okay, hinter was bist du denn eigentlich her? Siehst du das Symbol da? Das ist der Chintamani-Stand. Nate? Ein riesiger Rosafir. Ist Millionen wert. Sehe ich das richtig? Du wetteiferst also mit einem Kriegsverbrecher um einen mythischen Edelstein? Na, wenn du das so sagst, klingt es allerdings ziemlich bescheuert. Wer hat dich denn gefragt, Jeff? Und der soll in diesem Tempel sein. Naja, der Stein selbst ist nicht hier. Hey, set mal hier hin. Er ist in Shambhala. Shambhala. Nate? Ja, weißt du, Shangri-La. Kommst du mal bitte her, Schätzchen. Vielleicht wäre es besser, wir würden diese Unterhaltung drinnen fortsetzen. Gute Idee. Kommt! Okay, gut, hier sind wir erstmal sicher. Das ergibt keinen Sinn, Nate. Lazariewicz kann wohl kaum auf Geld aus sein, er braucht keins. Du übersiehst was. Komm schon, wir sind nicht zum Spaß hier. Ihr zwei bleibt hier. Gut, bitte bleibt, wo ihr seid. Wir sind gleich wieder da. Wer es glaubt. Unglaublich. Chloe, ich weiß, wo das ist. Ja, genau hier. Siehst du die Formen dieses Gipfels? Ist hier. Das heißt... Warte, komm mal her. Das heißt... Der Eingang nach Shambhala ist genau hier. Also, das ist es. Das ist es. Ja. Das ist es. Oh, Mist. Tolles Time. Es gibt nur einen Weg hier raus. Und los. Wir müssen schnell weiter. Er kann nicht. Ich bin okay. Lass sehen. Okay, das wird schon wieder. Okay. Kannst du stehen? Ich glaub schon. Okay, komm, ich helf dir. Nein! Nein, 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 lass sie. Die Kamera ist hin. Und auch. Nate. Er schafft das schon. Stimmt's, Mann? Okay, komm, mach die Tür auf. Er schafft das niemals, er muss hierbleiben. Was? Nein! Endlich die Tür auf, Chloe. Du bringst uns doch alle um. Oh, Mist. Keine Sorge, wir schaffen es. Er nicht. Nein, auf keinen Fall. Wir haben keine Wahl. Gar nicht. Komm, Jeff. Okay. Du hast es versucht, aber er kann nicht mehr weiter. Wir können ihn hier nicht sterben lassen. Er ist schon so gut wie tot. Und wir auch, wenn wir jetzt nicht gehen. Dann geht. Ja. Niemand hält dich auf. Chloe. Ich hab nur versucht, dich zu retten, du Idiot. Chloe? Was soll das? Sorry. Waffen runter. Auf der Stelle. Bringt sie raus. Sie ist verletzt. Bringt sie zum Zug. Unglaublich. Du kannst es einfach nicht lassen. Dann sind wir jetzt wohl quitt. Nicht ganz. Das ist also dieser Drake. Habt ihr ihn hierher getragen aus dem Tempel? Schade. Nein! Ah, 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 ah. Jetzt. Sag dir mir, was habt ihr gefunden im Tempel? Die Antwort, nach der du suchst. Okay? Ich weiß, wo der Stein ist. Aber du findest die nicht ohne mich. Also. Lass sie gehen. Dann führe ich dich zu ihm. Mein Schatten. Du bist die Reporterin, die mich verfolgt. Du solltest beten, dass er nicht blufft. Durchsuch ihn. Na komm. Das ist super, Mann. Hier. Du hast wohl keine Verhandlungsgrundlage, Drake. Zurück zum Sammelplatz. Wir brechen gleich auf. Du, kommst mit mir. Du. Kümmer dich um sie. Kein Problem. Und du arbeitest für das Monster. Ist besser als gegen ihn. Das war's dann wohl, hm? Du knallst uns jetzt einfach so ab, oder was? Sieht ganz so aus, oder? Steh auf. Ich sag, steh auf! Lau! Schnapp sie! Hier rein! Runter! Alles klar? Ja. Mir geht's prächtig. Und bei dir? Nur ein paar Schramm. Okay. Oh Mist. Ich glaub, sie sind weg. Ich hätte dich da nicht mit reinziehen dürfen. Hast du nicht. Das war ich ganz allein. Nein. Ich mein, naja... Das ist alles hier. Wir wussten, was auf uns zukommt. Ich geh hier nach. Ha. Das war ja klar. Typisch. Hier nachgehen. Flynn hat was von einem Zug gesagt. Das heißt, sie haben sie zum Bahnhof gebracht. Hier. Müsste da drüben sein. Hinter dem Wasserturm dort. Nate, sie hat auf uns gezielt. Ich weiß. Und sie hätte fast auch abgedrückt. Die anderen waren bloß schneller. Es ist kompliziert. Ja, bestimmt. Flynn wusste, dass sie bei mir war. Weißt du, was passiert, wenn Lazariewicz merkt, dass sie ihn getäuscht hat? Ja. Das weiß ich nur zu gut. Dann weißt du auch, dass ich keine andere Wahl habe. Die Ganoven-Ehre, was? Ja, so in der Art. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich hab keinen blassen Schimmers. Ah, wie schön, dass sich manche Dinge nie ändern. Okay, gehen wir. Was? Oh, nein, 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 nein. Du kommst nicht mit. Nate. Hör auf. Okay? Wir müssen einen Zug kriegen. Okay.